Hallo und herzlich willkommen zu einer rasanten Folge Sweet and Easy. Bei mir zu Hause wird es heute richtig voll, denn ich habe gleich drei Gäste. Donja Lamia und Sammy Slimani backen mit mir die schnellsten Kuchen der Welt. Und das heißt minimaler Aufwand, maximaler Geschmack. Mit meinem rasanten Buttermilch-Kirschkuchen. Kein Abwiegen, minimale Backzeit und maximales Blech voll. Donja backt in Rekordzeit ein flottes Schoko-Soufflé, das wirklich keine Wünsche offen lässt. Lamia zaubert ratzfatz kleine geschichtete Fruchttorten im Glas. Und Sammy gibt richtig Gas mit seinem blitzschnellen Kokostassenkuchen. Schnallen Sie sich an, denn jetzt gibt es ganz Sweet and Easy die rasantesten Kuchen der Welt.